Das. Du? Nein Du! Hey! Hey dude! Du! Wo wo wir mal hin? Ach so, wir sind zu Al Gore. Ja, Al Gore. Al Gore wollten wir jetzt vorbei schon... Mh... Ob wir dafür schon... Timmer! Timmer... Es ist großartig, wenn er so eine Stimme hätte. So, jetzt komm mal her! Hast du gesehen, wie er durch die Nase gezogen hat? Leider nicht Terrible Vine. Hexenhut. Sie brauchen eine Wichtelhacke. Stulpen. Stulpen. Untersuchen für uns auch 20% mehr Schaden durch Wurfwaffen. Ich bin wieder groß. Good job, Junior Algorion. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot man-bear-pick-readings. Come with me. Hey, I must put this data in the data-man-bear-pick-base. Wir haben Algor's Lager-Schlüssel bekommen. Haa, Hilfe! Miau. 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 So, hier war Algor's Lager. Aha. Hm. This is very interesting. The sensors have picked up man-bear-pick underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Ahaaa. Super Secret Keeper out. Soll ich jetzt die Story von Algor fertig machen? Ja, wenn du schon dabei bist. Okay. Bevor wir's vergessen. Okay. Wow. Jungs, uncool. Uncool. An dir wird nicht rumgeknappert. Na, ein Verlust. Das ist bestimmt plus zweimal. Ah, das ist bestimmt plus zweimal. Ah, Power-Cons. Das ist bestimmt plus zweimal. Das ist bestimmt plus zweimal. Ah, Power-Cons natürlich. Power-Cons. Ja, und? Kann man nie genug machen. Kann man nie genug machen. Fähigkeit. Ja, ja, ja. Das ist einfach zu gut. Das ist einfach zu gut. Oder Musik. Ja, die Entspannung. Das wird so gut wie immer auf diesem Berg ist. Das zieht aber einfach mega viel ab. Ja, ja. Und vor allem rundenbasierte Schaden. Nein! Alter, viermal du Penner! So, da. Nimm meine Cookies. Du brauchst sie. Mehr als ich. Oh, du kannst jetzt deine Ulti sozusagen machen. Ulti? Ja. Meinst die hier? Ja. Macht jetzt mehr Schaden. Ja. Tod der 1000 Schnitte. Hey! Hey, ich hab den gedrückt gehabt. Das hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. Ja. Schade, schade, schade. So, jetzt ist aber Power-Accord. Yeah, das lohnt sich wirklich. Ich dachte, er hat eine Flöte. 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 Ein Flöte. Ein Flöte. so vorsichtig und er ist tot dreck 7 weißt du was machtrank kann das sein manatrank scharfe hühnchenflügel scharfe hühnchenflügel ich hatte jetzt echt gerade bock drauf so jetzt hab ich meinen mana boost und jetzt mach ich den hier booo boom warum haben sie so genascht pum 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 oh mein Gott ich weiß nicht also um die man bei Pigs mach ich mir gerade am wenigsten Sorgen oh mein Gott m m hallo m wir wollen jetzt in den Untergrund da müssen wir doch jetzt eigentlich hochkommen da oben kommen wir irgendwas abwerfen ich hab erstmal gezogen mann aber auch wenn wir die kurdienst und das ist das wo wir suchen er ist echt hoch ja jetzt ja was finden wir hier oben hoffentlich was gutes nevlocke macht trank und geld für euch passt in der Schmau es ist los die sich in der Hand zu machen Prozent Prozent es ist jetzt für die Hände voll Mellee und dann ist und jetzt auch noch als Wunder aber ein kleines Euro Weiß ich nicht. Weiß nicht auswendig. So, du willst da hoch? Du kannst da hoch. Yeah. Taco Bell. Coming soon. Zu geil. So. Hier haben wir Beatnik, Schnurrbart und Knappenhandschuhe. Die bringen nichts. Nicht wirklich. Officer Barbrady hat man schon, ne? Ganz an, ja. Robert Rieke. 100% der Preußerstattung. Knapp gleich nachschauen, Schrohr, Fröhr, Brüder, Brüder. Bis dein Bild. Bildenträger. So, umführen. Okay, guys, nothing to see here. There's much better view down that way. Schlüssel zum Geschäftsbüro. I know you are. Oh, ich bin böser Junge. Ich merke einfach noch nicht mal. Man-Mur-Kind. Da oben ist noch einer. Ja, und? Ah. Wo sich die Kinder verstecken, ja. Fiumar hat mir gesagt, dass du diesen Platz gehst. Sehr gut, hm? Sehr gut, hm? Lass mich verarschen. So. Valkyre. Der Ritt der Valkyren. Jo. 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 Na komm. Unten hins. Das habe ich auch gesehen. Das liegt, was du nicht blickst. Das blickst rot. chumn. Klumpenscheiße. TVauszeichnungen. Und Geld. literally. Oh, komm schon. So. So. So gegen sind die Ahren zusammen. Oh, come on, du blöde Ratte. Blöde Ratte. Friss Ball. Was mache ich? Brainer Ton. Ich heile ihn. Brauner Ton, wirklich? Immer, immer... Die Frage ist dann nur, wie gut es funktioniert. Stimmt, bei Ratten. Oh, bei Ratten. Wird nicht funktionieren, schätze ich mal. Naja, oder auch doch. Oh, Tatsache. Hier ist so immer ein Lauf. Immer aufs schlechteste Gebiet. Ah ja, gut, schön. So, was haben wir hier, Geld? Hauptsache es funktioniert, ne? Gib, äh, Gott, Defibrillator, was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich geh... So. Zurück. In dieser Kanalisation kann man sich sehr leicht verirren. Ach, warte. Nicht nur, ach, warte, sondern ja. Ja. So. Du, das klingt ja so, als würdest du auch aus Erfahrung sprechen. Ja. Ja. So ein bisschen. Hast du was anderes erwartet? Nö. Ich finde, die Musik ist einfach viel zu cool für dieses Spiel, was eine einzige Parodie ist. So. Rapper Bart. Das findet der Lukas lustig. Schon so ein bisschen. So, damit wir den ganzen Weg nicht gehen müssen. Das ist auch schiesig, ne? Timmä! 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 Das war so schön daneben. Nice work! Ich lasse euch wissen, ob irgendwelche Updates auf Manberpeg. Beine sicher, die News auf Facebook sharen. Ich bin super cereal. Ich bin super cereal. Quest erfüllt Schweinebeermann. Ah, mäh. Wollen wir kurz gucken. Quests. Was haben wir noch? Bündnisse schmieden. Das ist unsere Hauptmission. Phase 1. Besorge Unterhosen für die Unterhosenbichtel. Eine von fünf haben wir schon gefunden. Die Ogeren. Blumen für eine Prinzessin für Steckspiel. Und mongolisches Fleisch. Ich mach mal die Ogeren. Mhm. Genau. Das ist das mittlere Haus davon. Die Ogeren kann man auch schnell machen und danach... Machen wir die nächste. Ich will da hinten rein. Aha. Gut zu wissen. Halt die Klappe. Weil dann nicht die Hauptmission startet. Ah. Okay. Macht Sinn. Ergibt Sinn. Auch wenn Machtsinn anerkannt ist. Es ergibt immer noch Sinn. Tja. Außer von dir. Sorry, Eric isn't here. He and all the kids are over at Kyle's. Are over at Kyle's. I can see you. Aber du bist doch sowieso mit denen, sozusagen. Alles was ich gesehen. Ah. So. Das war das Haus der Ogeren. Das war das Haus der Ogeren. Jetzt müssen wir hoch. Ich will mal. Ich nehme mal an, es ist noch immer das Haus der Ogeren. Hier müsste es sein. Ah ne. Das ist das Schlafzimmer. Riesenschnurrbart. Das Schwert der tausend Wahrheiten. Kommt aus ner WoW-Folge von Softpuck. Okay. Okay. Ziemlich gut. Unterhose. Ah. Cool. Okay. Und Shakegewicht. Shakeweight. So. Und jetzt lass uns in das Zimmer der Ogeren. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Was? Hey. Ich dachte das müsste ich machen. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Ja bitte. Probier es. Dafür bin ich da. Oh. Entschuldigung. Ich habe einen neuen Freund, ja. Ah. Quests. Die Ogeren. Begebe dich zum Haus dem Arsch und mach dich bereit mit Stan. Mit Stan. Ah. Ich muss Stan auswählen als Begleiter. Haben wir den überhaupt als Begleiter? Haben wir den überhaupt als Begleiter? Ja ja. Da. He he. He he. He he. Give me back my iPhone demon. You little turd. I brought help. Let's see you try and take us both. Ah. Your days are numbered Shiogre. Shiogre. Ohno. Ohohohoho. 19000! Aber sie hat natürlich keine Rüstung. Immerhin. So, was ist das? Todesmarkierung. Hell! Du wirst sterben, du wunderschönen Winch! aber alter 19.000 ist so viel viel zu viel ich will gerade sagen bei dem normalen gegner ach gattes willen das verlangt nach betäuben ob das überhaupt funktioniert bei boss gegner ist ja eigentlich generell nicht so gesundheitstrank aber immerhin und irgendwas hat gerade daran dann angewöhnt ob wir verringert es ist gut dies einmal bluten dann einmal einmal brennend fähigkeiten ich glaube das ist ein schwert die schaden 66 schaden oma gutschönen ok das macht bluten dreimal ne oho über 3000 schaden der rote tot alter das blutet sie viermal und wir wissen ja meucheln wird stärker je mehr sie blutet oder wollen wir exekutieren da da die meucheln das ist bisher eigentlich immer noch ich glaube das effektivste 4050 schaden sie blutet fünfmal beim nächsten meucheln ist die spätestens der Hut und sie blutet und ok ja komm jetzt blutet sie doch ach sie greift immer noch nicht an ok zack ugerin besiegt leichtigkeit 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 ich bleibe mein iphone wieder und ich werde noch etwas schneller bringen bleibe weg aus Out of my room, turn! Ich bow' zu dir, Ogreslayer. Ich bin glücklich, dass du Freunde nennen.